Dieses Video wird gesponsert von meinem Kaffee und zwar das 35er und diesen Kaffee findest du in meinem Webshop, da kannst du gerne mal reinschauen und wenn du mich unterstützen möchtest, darfst du dir gerne einen Kaffee, deine Wahl, bestellen. Vielen Dank. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das 16mm Weitwinkelobjektiv aus dem Hause Canon, das RF Objektiv, Blende 2.8 und es sieht auf dem Datenblatt sehr verführerisch aus für alle, die eine Canon RF Kamera haben. Warum ich das Objektiv mir geholt habe, wie ich es finde, wo ich aber auch die Tücken damit sehe, das siehst du in diesem Video. Viel Spaß. Fangen wir an mit dem Objektiv an sich schon mal. Hier ist das gute Stück. Ich halte es auch direkt mal in die Kamera, damit du das Ganze sehen kannst. So schaut das aus, fokussiert mich ja, genau. Fangen wir an mit dem Gehäuse und der Haptik, wenn du es gerade eben hier siehst. Du siehst eine ganze Menge Kunststoff. Das komplette Objektiv wurde aus Kunststoff gefertigt. Hier ist nichts aus Metall, außer der Objektiv-Bajonett-Anschluss hier hinten dran. Der ist aus Metall natürlich, so wie sich das gehört. Ansonsten ist hier alles aus Kunststoff. Das fasst sich jetzt nicht zwingend schlecht an oder irgendwie minderwertig. Es ist eben wie es ist in dieser Preisklasse bei Canon, demzufolge musst du damit leben. Wenn es dir nicht gefällt, gibt es dann in dem Preissegment fast keine Alternativen. Das mit vorweg. Optik und Verarbeitung fasst sich aber auch nicht billig oder minderwertig an. Das Objektiv fasst sich sehr klein kompakt an und ist fast genauso groß wie das 50mm Objektiv, was es in der gleichen Serie gibt. Dementsprechend liegt es auf der Hand, dass beide Objektive aus Kunststoff gefertigt wurden. Das Ganze wiegt 165g, ist also sehr leicht und klein und hat einen Filterdurchmesser von 43mm. Das heißt, wenn du das Objektiv mit Filtern benutzen möchtest, dann musst du dir sehr kleine Filter aussuchen. Die gibt es. Das ist jetzt nicht zwingend problematisch. Es ist insofern problematischer, als dass du meistens so kleine Filter eher nicht zu Hause hast. Wahrscheinlich hast du eher etwas um die 67mm zu Hause. Da kannst du dir helfen mit Step-Up oder Step-Down-Ringen, wo du quasi verschiedene Ringe dann draufschraubst, um dir auf die Größe zu kommen. Da musst du ein bisschen ausprobieren, wenn du das Gefühl hast, du brauchst den Filter, den speziellen dafür. Ansonsten im Zweifel nochmal nachsehen, ob es Filter für dieses Gewinde gibt, bevor du dieses Objektiv kaufst. Dann gibt es in diesem Objektiv zwei verschiedene Möglichkeiten zum Einstellen. Und zwar haben wir einmal hier diesen Button, wo du den Fokus bzw. einen Control dementsprechend drauflegen kannst. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte jetzt mit dem Kontrollring hier vorne umschalten auf manuellen Fokus. Das machen wahrscheinlich die meisten von euch. Oder wer das von den Canon 9 Objektiven gewohnt ist, vielleicht hier drauf die ISO oder dergleichen oder die Blende, könnte man umschalten und dann genauso benutzen. Das finde ich ziemlich gut, weil normalerweise sind die neuen Objektive jetzt alle so gestaltet mit diesem Einstellring. Und wenn der fehlen würde und du bist es gewohnt, wäre das schon ziemlich doof. Also es ist gut, dass das geht grundsätzlich. Mir persönlich hätte es gereicht, wenn man den manuellen und Autofokus hier drüber geschalten hätte. Mehr bräuchte ich jetzt nicht. Ich für meinen Gebrauch brauche hier nicht unbedingt zwingend eine Funktion. Ich stelle das meist in der Kamera ein und habe das auf der Kamera auf der R5 belegt, sodass ich es dort direkt benutzen kann. Das geht für mich einfach schneller in meinem Workflow. Aber wenn du das Ganze brauchst und möchtest, diesen Einstellring gibt es auch hier in diesem Objektiv. Es gibt keine Streulichtblende im Lieferumfang. Das heißt, wenn du sie zwingend brauchst oder möchtest, dann musst du sie dir extra kaufen. Jetzt ist die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Ich persönlich vermisse die jetzt nicht wirklich, auch in den 50mm nicht, weil ich meistens nicht in krassen Seitenlichtsituationen fotografiere. Aber das kann ein Thema sein. Also wenn du das Ganze zwingend brauchst, gerade fürs Filmen vielleicht, wo man weniger oder schlechter rauskorrigieren kann als beim Fotografieren, dann empfehle ich dir einfach die Streulichtblende mit dazu zu kaufen, separat und dann hast du sie. Soviel zum Gehäuse und zur Haptik. Machen wir weiter mit dem Autofokus. Wie sieht es denn mit dem Fokus aus bei so einem günstigen Objektiv? Das Objektiv hat einen verbauten STM-Motor. Und das kennen wir aus den günstigen Varianten schon früher von den EF-Objektiven, die meistens auch die begehrten Brennweiten hatten, aber dementsprechend etwas langsamer am Fokussieren waren. Und der STM-Motor sollte ja vor allen Dingen für das Filmen sehr gut sein, weil er eben nicht ruckelt und ruckartig fokussiert, sondern weil er schnell, aber präzise fokussieren soll und vor allen Dingen auch sehr leise laut kennen. Dieser STM-Motor ist nicht leise, aber er ist treffsicher. Das heißt, wenn du damit filmst und hast eine Kamera auf dem Gehäuse obendrauf von der Kamera, dann hörst du das Fokussieren. Also gerade für die, die sich selbst damit filmen oder fotografieren wollen. Beim Fotografieren ist das kein Thema, aber beim Filmen ist das ein Thema. Wenn du irgendwo unterwegs bist und filmst damit und hast das Mikrofon auf deiner Kamera, hörst du den Fokus-Motor, wie gesagt, und er ist nicht leise. Er ist auch nicht so schnell wie die gewohnten USM-Motoren, also aus den L-Objektiven beispielsweise. Von diesem Trümmer hier, das 35mm 1.4, das ist noch das EF-Objektiv, bei RF gibt es da noch nichts Vergleichbares. Das hat den USM-Motor und das ist eine ganz andere Liga. Eine ganz andere Liga, das kannst du nicht vergleichen, nur dass ich es mit gesagt habe, aber STM hat durchaus seine Berechtigung, weil du für das Landschaftsfotografieren in der Regel jetzt nicht den schnellsten Autofokus brauchst, vielleicht sogar eher manuell fokussierst und dann auch raus bist, was das Thema Fokus betrifft. Ich habe es eben gesagt, er ist nicht leise, ich finde er ist laut und hörbar. Jetzt nicht so laut wie früher, aber er ist schon einfach hörbar. Dann ist es so, dass das Objektiv beim Fokussieren, Fotografieren und Filmen rausfährt. Das heißt, das Objektiv fährt ein bisschen aus dem, hier vorne nochmal extra raus und das siehst du. Das sieht jetzt nicht hochprofessionell aus, es ist wie es ist. Wen das stört, der sollte sich dieses Objektiv einfach nochmal anschauen, bevor er es kauft. Wenn das für dich kein Thema ist, dann ist das wahrscheinlich die geeignete Brennweite im Ultraweitwinkelbereich, wenn es ums günstige Kaufen geht. Wie gesagt, das Objektiv fährt raus und das kann ein Thema sein, gerade wenn du Insekten fotografierst und ein bisschen näher herankommst, dann kann es ein Thema sein, dass du vielleicht eine Heuschrecke oder Insekten damit ein bisschen verstörst, weil das Objektiv rausfährt. Ich weiß nicht, wo es noch stören könnte, mich persönlich stört es jetzt nicht, denn ich nehme diese Linse in der Regel nur für die Landschaftsfotografie quasi mit dabei und dann stört es mich nicht, ob da was raus oder reinfährt. Du hast allerdings einen sehr, sehr hohen Vorteil mit diesem Objektiv und zwar ist das die Naheinstellgrenze. Du kannst auf 13mm an dein Objekt ran und dann fotografieren oder filmen. Und das ist schon ein Riesenvorteil, weil du damit fast schon Makros erzeugen kannst. Also vor allen Dingen im Wildlife-Bereich, wenn du damit kleine Insekten fotografierst oder filmen möchtest, die quasi stillhalten, die sich jetzt nicht so schnell erschrecken lassen von dem ausfahrenden Objektiv, die kannst du wirklich gut ins Zähne setzen und das ist tatsächlich schon krass, wie nah du an die Objekte herankommen kannst. Ich zeige dir das mal hier an einem Beispiel, da habe ich einen Ast fotografiert, da könnte jetzt ein Käfer drauf sitzen beispielsweise, den du fotografieren möchtest oder hier dieses Blatt. Du kommst schon ziemlich nah ran und kannst die Struktur wirklich richtig gut erkennen und die Abbildungsleistung tatsächlich auch richtig, richtig gut. Da muss ich sagen, hat Canon ein wirklich gutes Objektiv gebaut und das ist ein gutes Stichwort zum Thema Bildqualität. Das Objektiv löst wirklich richtig gut auf. Also an meiner R5 mit den 45 Megapixeln habe ich damit keine Probleme. Offenblendig im Bildzentrum ist alles knackscharf. Punkt. Schauen wir uns die Ränder an, sieht es natürlich anders aus. Ich zeige dir das mal hier. Ich habe hier eine Bildserie gemacht an einer Hauswand, der Klassiker. Wer kennt das nicht? Und bin von Blende 2.8 zu Blende 4, zu Blende 5.6 und zu Blende 8 hochgegangen und achte mal vor allen Dingen auf die Randbereiche, wenn die dieser wichtig sind. Die Randbereiche sind bei Blende 2.8 und auch so ein bisschen bei Blende 4 noch abgedunkelt. Das ist die sogenannte Vignette, der dunkle Rand um das Bild und da ist es auch unscharf, vor allen Dingen bei Blende 2.8. Bei Blende 4 wird es dann schon besser, bei Blende 5.6 und 8 nochmal merkbar besser. Aber die Ränder bleiben immer so ein bisschen unscharf, finde ich. Also wer am Rand gerade etwas hat, was wirklich im Fokus sein muss und auch scharf sein muss, der wird mit diesem Objektiv, glaube ich, nicht glücklich werden. Also vor allen Dingen die unter euch, die Landschaften fotografieren und auch bis an den Rand die Felsenstruktur oder die Wälder mit den einzelnen Details erkennen wollen, für die wird es schwierig. Also da musst du dann dir was einfallen lassen. Du machst vielleicht verschiedene Belichtungsreihen, nochmal verschiedene Bilder, überblendest die, das geht dann natürlich. Aber wer mit einem Shot oder mit ein, zwei Shots alles dabei haben möchte, das wird schwierig. Aber da kommt es ja darauf an, was du damit machen möchtest. Wer hochprofessionell arbeitet, wird wahrscheinlich dann dieses Objektiv dann eher nicht benutzen. Dem Fazit will ich nicht vorweg greifen, da kommen wir gleich noch darauf. Das heißt also, wenn dir Abbildungsqualität bis in die Ränder knackescharf wichtig ist, schau dir dieses Objektiv bitte vorher an. Prüfe es einfach selbst zu Hause nochmal mit deinen Blendenstufen, die du üblicherweise benutzt, mit denen du fotografierst. Vielleicht auch on location, wo du dich aufhältst. Und dann wirst du ziemlich sicher sein, ob das Ganze für dich was ist oder nicht. Ich finde für das normale Familienfotografieren, mal den Hund fotografieren, draußen ein bisschen Blüten fotografieren, ein bisschen Wildlife mit Insekten beispielsweise, finde ich es total in Ordnung. Also ich finde nicht, dass mich dann hier der Rand stört. Ich kann das in Lightroom rausrechnen lassen. Und zum anderen müssen die Ränder nicht wirklich knackescharf bei mir sein, weil ich das Objektiv eher im Bildzentrum oder so ein bisschen in Richtung Rand nur benutze. Und da reicht es für mich völlig aus. Wie sieht es mit dem Bokeh aus? Bokeh ist ja für viele von euch ein Thema. Und für dich wahrscheinlich auch, wenn du ein Ultraweitwinkelobjektiv benutzen möchtest, mit einer Offenblende von 2.8. Und da muss ich sagen, sieht es wirklich gut aus. Also das Bokeh gefällt mir. Bokeh ist natürlich nicht super soft und super smooth, wie man das von Tele-Brennweiten kennt, klar. Aber das liegt in der Natur der Sache. Du bist einfach sehr weitwinklig unterwegs. Und da ist eigentlich ab Blende 3.5, Blende 4 ist die Welt scharf. Und dann ist nicht wirklich schon, nicht wirklich irgendetwas noch out of focus, je nachdem, wie weit du vom Objekt weg bist, was du fotografierst. Demzufolge, schaut dir das Bokeh an. Ich finde, für alle, die ein bisschen fotografieren wollen, was in Richtung Blumen betrifft und einfach näher herangehen möchten, für die gibt es auf jeden Fall ein schönes Bokeh, was man auf jeden Fall benutzen kann. Und was in der Preisklasse auch wirklich gut ist, das muss man so sagen. Canon spricht von esphärischen Linsen, die für eine außergewöhnliche Abbildungsqualität sorgen. Das konnte ich jetzt so nicht feststellen. Canon, die Abbildungsqualität ist wirklich gut. Ich habe keinen Vergleich zu den früheren 16-35 Objektiven oder zum 15-35 Objektiv, das Blende 2.8. Ich dachte, das haben ja auch einige von euch, wie ich weiß, ja, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Da sprechen wir von einem größeren Objektiv, das ist teurer, das ist schwerer, ausladender. Das ist dann einfach auch anders, ganz anders angesiedelt und ist natürlich dann auch deutlich besser, was Abbildungsqualität angeht. Aber hier würde ich sagen, die Bilder sind mehr als brauchbar. Die sind scharf, die sind eben in gewissen Bereichen, muss man eben schauen, was man damit macht. Aber ich finde, dass es für das Normale, für den normalen Workaround im Alltag mehr als ausreichend ist. Aber keine außerordentliche Bildqualität, okay? Also da gibt es Objektive, die das ein bisschen besser schon immer noch können, gerade was die Rente betrifft. Makro habe ich gesagt. Ansonsten muss ich sagen, funktioniert es wirklich gut auch an hochauflösenden Kameras, an meiner R5. Da können dann diese Objektive auch mal schnell Schwächen aufzeigen, im Sinne von, dass sehr viel unscharf ist, dass man Probleme hat, dass man einfach viele Mikrokontraste und auch viele feine Strukturen wahrnehmen kann. Weil eben das Objektiv beispielsweise nicht so gut vergütet ist. Das war überhaupt nicht hier der Fall. Also ich muss sagen, das Objektiv funktioniert richtig gut an der R5. Wer ist die Zielgruppe? Das Thema Preis und auch so ein bisschen in Richtung Alternativen möchte ich auch etwas sagen. Canon selbst spricht natürlich bei der Zielgruppe vor allen Dingen die Landschaftsfotografen an, die Hochzeitsfotografen, die Eventfotografen, Architekturfotografen, aber auch die Vlogger und die Filmer. Und beim Vlogging und beim Filmen muss ich sagen, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Fürs Vlogging mag das geeignet sein, aber du hast keinen internen Bildstabilisator. Und die R5 oder R6, die haben natürlich schon intern einen sehr guten Bildstabilisator. Aber wenn du ein bildstabilisiertes Objektiv hast und kannst das quasi zusammen benutzen, hast du eine noch höhere Stabilisierung des Bildes. Und da muss ich sagen, da ist das Objektiv jetzt nicht wirklich geeignet. Und es geht, klar, es geht, aber im Vergleich zu anderen Kameras aus anderen Häusern, beispielsweise die Sony, da gibt es auch Vergleichbares in der Qualität und dann deutlich günstiger. Das muss ich einfach sagen, da hat man die komplette Kamera, da hat man ein einfaches Objektiv dabei und da ist der Aufpreis zwar doppelt so hoch wie das Objektiv hier an sich, aber da habe ich alles zusammen. Also da auch bitte keine Wunder erwarten, rein fürs Filmen geht es natürlich. Du musst eben dann mit den Einschränkungen leben, was ich eben sagte im Thema Bildqualität. Die Ränder sind ein bisschen abgeschattet, die Ränder sind etwas unscharf, je nachdem wie du arbeitest. Wenn du damit auf 2.8 filmst, sehr offenblendig, weil eben die Innenlocation sehr dunkel ist, dann darfst du dich nicht wundern, dass du einfach viel Vignette im Bild hast oder dass die Ränder oder beziehungsweise Richtung Bildrand es dann deutlich unscharf wird. Damit musst du einfach leben, das musst du im Vorfeld wissen. Hochzeitsfotografen natürlich sehe ich auch oder Reisefotografie sehe ich auch, klar. Kommt darauf an natürlich, gerade das Thema Portraits von Menschen mit Ultraweitwinkeln, das ist sehr, sehr, sehr tricky. Da muss man sowieso ein bisschen aufpassen, wie man das macht, alleine von der Bildgestaltung, aber eben auch nochmal, was die Bildqualität betrifft und Menschen an den Rand stellen, wird mit diesem Objektiv schwierig werden, weil du nicht die Bildqualität abrufen kannst und Menschen dann so ein bisschen verwaschen am Rand stehen zu haben, ist einfach ungünstig, das sollte man nicht tun. Alles, was dann im Bildzentrum ist, funktioniert natürlich richtig gut und auch beim Thema Reisefotografie habe ich gerade eben gesagt, da ist es natürlich ein toller Allrounder, weil es vor allen Dingen ein sehr sympathisches Packmaß hat. Das Objektiv ist nicht furchtbar teuer, es wiegt kaum Maß, es ist sehr leicht und klein, also das steckst du wirklich in jede Jackentasche oder in jeden Rucksack mal noch mit dazu, weil diesen Platz hast du auch in der Regel für deinen SD-Karten-Case oder für zwei Akkus und dann passt sowas dann auch noch rein. Also da muss ich sagen, das ist sehr sympathisch, das Packmaß für Reisefotografie oder wer sagt, ich möchte jetzt eine sehr große Reise machen, so ein bisschen durch verschiedene Länder, etwas länger unterwegs, habe ein 24-105 auf der Kamera und mag noch eine Weitwinkellinse dabei haben, ja, dann ist es genau das Objektiv, würde ich sagen. Für Canon-Kameras ist das dann dein Objektiv. Und dann würde ich mir nicht das 15-35 anschauen, sondern eher dann doch das, weil das deutlich kleiner und leichter ist und ich meine, wenn es dann doch vielleicht mal runterfällt, was nicht passieren sollte oder irgendwie abhanden kommt, dann hast du natürlich nicht so einen hohen Verlust wie bei den anderen Objektiven, die dir Alternative darstellen könnten. Alternative wäre natürlich, ja, das 14-35, das Blende-4 Objektiv, ist aber auch Blende-4, ja. Also das muss man dann wissen. Wenn dir Blende sehr wichtig ist, gerade für Low-Light-Situationen, dann würde ich mir eher dieses Objektiv anschauen. Wenn dir Bildqualität über allem steht und über alles wichtig ist, dann würde ich das Objektiv nicht anschauen, weil einfach das 15-35er mit Blende 2.8 nochmal deutlich besser ist. Und das 14-35er ist auch in der Abbildungsqualität besser. Ich habe dazu ein Review gemacht hier, ich verlinke das mal für euch. Natürlich, das ist auch nochmal besser. Das ist ab Blende 4, ab Anfangsblende bereits schon knackgescharf, fast bis in die Ränder. Klar, das sieht man auch ein bisschen im Vignette, aber nicht so wie hier, überhaupt nicht so stark ausgeprägt. Einfach vielleicht mal auch beide ausprobieren, beide Objektive gegeneinander halten, um zu schauen, was ist besser oder was gefällt dir einfach jetzt nicht so gut an einem von beiden. Demzufolge würde ich für unterwegs zusätzlich das auf jeden Fall präferieren, wenn du dich komplett ausstatten möchtest und sagst, ich möchte jetzt wirklich auf mehr Qualität in den Bildern setzen, dann würde ich mir vielleicht eher das 14-35er anschauen oder eben das 15-35er Blende 2.8, weil das einfach flexibler ist. Du hast noch ein oder zwei Millimeter mehr Brennweite im Weitwinkelbereich als 16 Millimeter und das ist eine ganze Menge im Weitwinkelbereich und du bist vor allen Dingen lichtstärker beziehungsweise einfach in der Abbildungsleistung nochmal deutlich besser unterwegs. Preislich bewegen wir uns hier auf der Canon-Webseite, habe ich vorhin geschaut, 299 Euro UVP. Auf dem Markt gibt es das ungefähr zwischen 250-280 Euro, vielleicht auch mal ein bisschen drunter, je nachdem, ob gebraucht, neu, in irgendeiner Aktion. Und für um die 250-260 Euro, finde ich, ist das sehr attraktiv für alle, die sagen, ich möchte das mal ausprobieren und ich möchte im Weitwinkel- und Ultraweitwinkelbereich jetzt kein Vermögen investieren. Ich möchte aber gerne das Ganze nutzen an meiner RF-Kamera. Da kann ich es auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen, weil für den Preis machst du einfach nichts falsch. Ich habe jetzt hier gerade die R5 auch stehen mit dem 50 Millimeter, was fast gleich groß ist und auch fast genauso gleich aussieht, würde ich sagen. Und auch das ist ein No-Brainer. Das heißt, für dieses System, egal welche Kamera, EOS R bis R3 hoch, das ist ein No-Brainer, weil das Ganze total klein, leicht und kompakt ist. Und ich möchte dir das gerne auch nochmal an der R5 zeigen, um dir auch zu beweisen, dass das Ganze tatsächlich sehr kompakt daherkommt. Und hier haben wir das Ganze dann drauf. An der R5, ich hoffe, er fokussiert jetzt auf die Kamera, ja genau. An der R5, ultra klein und das Objektiv hört quasi am Handgriff fast schon auf, wie du sehen kannst. Also wenn ich das jetzt noch abmache hier oben, den Objektivdeckel, dann ist es fast gleich mit dem Einstellring hier mit dem Griff. Objektiv, das heißt, kompakter wird es dann nicht mehr. Also gerade im Ultraweitwinkelbereich, weniger geht dann kaum noch. Also da musst du dann schon echt schauen, was es an Alternativen gibt. Und für unterwegs, Landschafts- oder Reisefotografie ist das tatsächlich eine Größe, die ja aufgrund der Kamera immer noch groß ist, aber mit diesem Objektiv wirklich sehr, sehr klein und leicht ist. Dementsprechend kann ich es für alle, die unterwegs sind, wirklich uneingeschränkt empfehlen. So, stellen wir es kurz zurück. Okay. Ich hoffe, das war soweit hilfreich. Ich hoffe, das Ganze hat dir ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufgreifen, was deine Fragen dazu sind, was deine Gedanken dazu sind. Mich würde interessieren, ob du dieses Objektiv hast und wie du dazu stehst, ob es dir gefällt oder wo du auch vielleicht Probleme siehst in der Nutzung. Schreib mir das bitte gern unter dieses Video in die Kommentare. Und wenn ich dich ein bisschen unterhalten habe und du etwas mitnehmen konntest, dann lass gern einen Daumen hier, abonniere den Kanal, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.